Willkommen zu dieser Ich-Arbeite-mit-Schwachmaten-Meditation. Ich werde dir heute helfen, niemanden an deinem Arbeitsplatz zu verletzen, den Computer zu zerstören und deinen Job zu behalten. Hör nur auf meine Stimme, atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Akzeptiere die Tatsache, dass alle deine Kollegen Schwachmaten sind, dumm wie Brot, faul wie Arsch und hässlich wie die Nacht. Jede Phase deines Körpers denkt und fühlt genau das. Du bist ganz präsent im Hier und Jetzt mit all diesen hirnlosen Kreaturen an ihren Schreibtischen neben dir. Und mit jedem Atemzug, den du nimmst, nimmst du die Erkenntnis in dich auf, dass du aber leider nur diesen einen Job hast. Du brauchst diesen Job. Deshalb setzt du in dir den Impuls, das Mi-Mi-Mi zu beenden. Spüre tief in dich hinein und entscheide dich gegen einen Komplettausraster oder einen Mord heute an deinem Arbeitsplatz. Träume nicht dein Leben, sondern halte deine Fresse. Namaste, Motherfuckers.